Eine der herausforderndsten und vielseitigsten Tätigkeiten in der Medizin ist die Arbeit in der Notfallambulanz. Was hier täglich geleistet wird, ist wirklich fantastisch. Alle möglichen und unmöglichen Fälle kommen zu uns. Bei uns finden die Erstversorgung und die Einstufung statt. Von der kleinen Schnittwunde bis hin zu hochkomplexen, lebensbedrohlichen Notfällen werden alle Patienten hier in der Notfallambulanz versorgt. Dabei kommt es ganz entscheidend auf ein gutes, eingespieltes Team an. Mit Kollegen, auf die man sich verlassen kann. Und auf ein großes medizinisches Fachwissen. Neben unseren vielfältigen medizinischen Herausforderungen zählen für uns aber immer vor allem die Menschen, die uns in ihrer Not brauchen und für die wir da sind. Im Umgang mit unseren Patienten oder ihren Angehörigen bewältigen wir mit Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis gemeinsam die vielfältigen Aufgaben und sind füreinander da. Es ist halt das Robert-Bosch-Krankenhaus. Es ist halt das Robert-Bosch-Krankenhaus. Es ist halt das Robert-Bosch-Krankenhaus. Es ist halt das Robert-Bosch-Krankenhaus.